Nummer 5 Das Airbrush-Git von Harz-Tiur zeichnet sich durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis aus und wird in einer luxuriösen Verpackung geliefert, in der das Werkzeug nach dem Gebrauch gut aufbewahrt werden kann. Neben der Airbrush sind eine 0,5 mm Düse, drei Becher, ein schwarzer Schlauch und verschiedene Ersatzdüsen enthalten, die je nach den auszuführenden Arbeiten verwendet werden können. Der Auslöser der Airbrush ermöglicht es Ihnen, die Sprühmenge und die Art des Strichs, der aus dem Gerät kommt, mit großer Effizienz zu kontrollieren. Das einfach zu bedienende Gerät verfügt über drei Bechergrößen, die je nach Art des gewünschten Sprühvorgangs sorgfältig ausgewählt werden müssen. Den Link zu diesem Produkt finden Sie am Ende der Beschreibung. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung. Nummer 4 Dual Action Airbrush Einfach zu bedienen, kompakt und überall hin mitzunehmen. Dieses Modell eignet sich für jeden Einsatz und liefert ein glattes, gleichmäßiges Ergebnis mit brillanten Farben. Der Druck im Inneren der Airbrush kann bis zu 27 PSI erreichen, und die 0,4 mm Düse ist ideal für sehr detaillierte Arbeiten. Um den Gebrauch zu vereinfachen und eine viel schnellere Aufladezeit zu gewährleisten, hat Billmax die 2a Schnellladung in die Airbrush integriert. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Produktlink. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt. Nummer 3 Das Produkt verfügt über einen effizienten Airbrush-Halter und einen praktischen und langlebigen Miniluftkompressor. Das spezielle ergonomische Design und die Verwendung hochwertiger Materialien ermöglichen eine lange Nutzungsdauer und verhindern, dass die Hand beim Sprühen mit Farbe verschmutzt oder übermüdet. Die Double-Action Airbrush spart außerdem Rohstoffe, und die verschiedenen verfügbaren Zubehörteile erleichtern die Innenreinigung der Geräte. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung. Nummer 2 Die Airbrush ist aus haltbarem Aluminium, Kupfer und Nylon gefertigt und bietet eine optimale Leistung und Komfort bei der Anwendung. Mit dem Bausatz werden verschiedene Arten von Zubehör geliefert, die jeweils für unterschiedliche Aufgaben verwendet werden können. Von großer Bedeutung ist die Doppelfunktion der Airbrush, mit der Sie sowohl die Luftmenge als auch die abgegebene Flüssigkeit steuern können. Dies ist die ideale Lösung für Künstler und Maler, ob Anfänger oder Experten, die eine professionelle Airbrush benötigen. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Nummer 1 Dieses Produkt ist ideal für Designer, Künstler, Schriftsteller und Dekorateure und verfügt über eine Schwerkraft Airbrush mit einer 0,30 mm Nadel und austauschbaren 0,20 oder 0,50 Modellen. Die Airbrush kann dank des Druckreglers jederzeit nach Belieben eingestellt werden und garantiert eine sichere und zuverlässige Anwendung, da sie mit einem Luftfilter und einem Überdruckventil ausgestattet ist. Nach dem Kauf sind der Bausatz und alle seine Komponenten wartungsfrei und ermöglichen die perfekte Durchführung von Aktivitäten wie Modellieren, Malen und Dekorieren. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Ich das Ganze erste Mal, wenn Sie die Nummer bringen, klicken Sie auf den Lu viennent Sie in der Beschreibung.